Die kleinen Pferdys vor der Haustür. Schau mal. Hey, na du. Ich komme immer angerannt, wenn man hierher kommt. Schnauf, schnauf. Schnauf, 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 schnauf. Na? Kuckuck. Kuckuck. Das ist so schön, hier zu wohnen. Da hat er gefurzt. Der Weiße, der gerannt ist, glaube ich, hat gefurzt beim Rennen. Ja. So, unsere Runde ist vorbei. Wir sagen, tschau tschau.